Leute und die kleinen Maschinen sind willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und heute machen wir was richtig Geiles, denn wir haben ein neues Heiden & Seek gefunden. Denn ich als Sucher entscheide den Skin bzw. die Farbe von meinen Versteckern. Und dafür muss ich hier in die Mitte drücken. Hallo, mit der meisten noch meine Freunde Braxton und André und natürlich die Community-Freunde. Und ich darf jetzt eine Color picken wie den Blau. Hä? Hä? Gänsehaut. Hast du Farbenblind oder was? Bro, ich hab auf Blau geschossen, aber irgendwie hat das nicht funktioniert, Digga. Okay, dann macht ihr jetzt wohl Weiß. Oh, das war aber auch wild. Jetzt kommt vielleicht eine weiße Map und ihr seid alle blau. Oh. Fertig. Vielleicht ist es doch nicht so krass. Okay, warte. Ich kann hier mal gucken. Okay, ja. Das ist ein Kack-Skin, Junge. Guckst du mir zu oder was? Ja, ich kann von hier oben, kann ich sehen, einer hat einfach einen schwarzen Skin. Ja, doch nicht. Er ist wieder rein. Oh mein Gott, es wird ekelhaft. Warum habe ich Weiß? Junge, weißt du, ich bin übelst schwer. Und ihr habt noch 19, 18 Sekunden. Also, beeilt euch schnell, schnell, schnell. Guck mal, guck, guck. Wo bist du? Guck mal. Das ist wie Banane, ich weiß, Digga. Leave to both to avoid elimination. Sechs Sekunden, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und jetzt dürft ihr euch nämlich auf der Map verstecken, habt eine Minute Zeit. Und es ist weiß. Oh, da komme ich. Oh, yeah. Echt, es ist weiß? Komplett. Oh, nein. So, guten, ach, die Map ist echt weiß, Digga. Nee, aber die ist ja mini, die Map. Ich finde die jeden in zwei Sekunden, Digga. Ich habe zehn Sekunden, zehn Minuten Zeit. Hab ein. Digga, ohne Gnade, Bro. Ich mache hier keine Dingsbums. Gnadenakte. Also, ich hau dir mit Spitzhacker aufs Maul, wenn du kommst. Okay, mach mal. Denkst du, ich habe keine? Du hast keine. Ich habe mit Jakob geredet. Echt? Ja. Oha. Mit Jakob. Mit dem Map-Bauer einfach. Oh, mein. Zwei. Ihr seid so schlecht, ne? Ihr seid so kacke, Digga. Wirklich. Also. Also, wirklich. Zwei Leute in einem Versteck. Das ist also. Oh, mein Gott. Knall ihn ab. The text is down. The text is down. Oh, Mann. Anonyms gestorben. Wie viel hast du gefunden? Oh, Mann. Vier. Hier rein. Hier rein. Hallo? Hallo. Hast du was gefunden? Ich dachte schon, du willst was sagen. Hä? Ach, bist du das nicht, der Yeti? Ich bin das nicht. Nein. Ach so. Ach so. Ach so. Du wirst der Yeti. Okay. Undrissle die Dizzle. Okay. Ah, mein Mann. Ich bin runtergefallen. Okay. Hm. Wo seid ihr, kleinen Augenschmau- Adunteliu. Junge, ehrenlos. Warst du das? Ja. Ich habe das Beste versteckt. Habt ihr so schlecht, Digga. Ja, genau. Auf ein Quadratmeter mehr. Hä? Du bist schlecht einfach. Siehste ein, Junge. Ich habe zwei Minuten gebraucht. Warte, es fehlen noch ein paar, Digga. Schönen mal. Zwei Sekunden wurden zwei Minuten. Guck mal hier. Geht mal rein. Und geht mal wieder raus, weil keiner da ist. Hm. Hier geht mal rein. Und geht mal wieder raus. Warte, ich gucke jetzt, wo die sind. Nein, guck nicht. Doch, aber ich sage dir nicht. Oh mein Gott. Gibt es doch krasse. Okay, die wirst du niemals finden. Du wirst locker zehn Minuten brauchen. Ja, gut. Dann danke für den Tipp. Das war so ein Brexit-Tipp. Ja. Ey, jetzt 20, wenn du das machst. Ah, mein Mann. So schlecht, André. So schlecht, Digga. So schlecht, Digga. Und Brex zieht gerade so in die Stulle weg, Digga. Ah, Brex kennt sich richtig. Dönnertelle. Hä, ich mach nicht mal was. Dönnerteller, sei ehrlich. Nein. Digga, als ob da keiner ist, Bro. Ja, was laberst du Dönnerteller, Digga? Kennst du nicht von... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und hol mir drei, Digga. Mach mal lieber deine Zähne sauber. Genau. Er hat den größten Träumen auch mehr ever. Guck mal ihn an, guck mal ihn, guck mal ihn, Digga. Guck mal. Er sieht aus wie du einfach. Was laberst du, Junge? Er hat Figur wie Danergy. Sei ehrlich. Hat der echt, Digga? Kuss, Kuss, Kuss geht raus an meinem Freund Danergy. God love Danergy. Okay, ähm. Okay, da oben ist safe noch jemand. Ja, safe. Aber du kommst da nicht hin, deswegen ist egal. Da ist ein Lönnerteller, 100%. Nein. Nein. Der guckt. Guck mal wie Brex das ist, man hört. Ich ess nicht mal, ich schwöre nicht. Nein! Tamam, 100 Leute. Okay, irgendjemand ist einfach beigetreten. Digga, Ben Q, der Bildschirm ist auch beigetreten. Zwei Leute gefunden. Einer noch! Ich könnte sie sagen, aber ich sag nicht. Aber das ist gut. Gibt dir keinen Tipp. Ist das diesmal gut? Ich find's gut. Auf dem Baum. Ich hätte keinen Tipp. War das vielleicht ein Tipp, Leute? Oder bin ich einfach nur paranoid? Oder bin ich einfach nur ein fettes, schönes Kind? Ja! Das könnte auch sein. Nein! Okay, man kann da nicht hoch, Digga. Natürlich kannst du da hoch. Kann man nicht! Du bist einfach ein Noob. Gib auf, du wirst ihn niemals finden. Warte. Ich könnte dir sagen, wo, weil ich kann sehen, aber ich sag nicht. Warte mal. So! Oh mein Gott, bist du blind. Kranker Typ einfach. Was? Hä? Digga, das hätte ihn sogar ich gefunden. Das hätte ich sogar gesehen. Er hätte ihn sozusagen, er hätte dich fast geküsst gerade, Digga. Hä? Oh Mann, Alter. Was labert ihr? Es ist todestark. Schwach im Loot, oder? Äh. Wer schneller ist? Eigentlich nicht. Aber wenn du willst. Ja, Digga, die aufs Maulauen bockt immer. Oha, ehrenlos. Guck mal, da liegt André einfach so ein fetter Ball. Digga. Okay. Soll ich dir einen Tipp geben, oder nicht? Hä? Warte kurz. Ich war hier oben, ihr habt gesagt, ich bin blind und habt in die Richtung geguckt. Ja. Wollt ihr mir jetzt sagen, ihr seht aus, genau wie ich jetzt stehe, seht ihr ihn? Ich sag nichts, André willst du was sagen? Nö. Hä? Was labert ihr? Ihr seid so schlecht. Ihr wollt nur meine Zeit runter machen, ihr kleinen Hunde. Ja, wenn du das denkst, dann geht doch woanders. Hey, schreibt mal bitte jetzt in die Kommentare, wer ihn gesehen hat. Bitte. Ich sag gar nichts. Guck mal. Du bist halt ein Fahrrad. Oh mein Gott. Ach, Digga. Das war ja Baba versteckt. Kann ich ihn von hier aussehen, oder muss ich... Du kannst ihn von hier nicht sehen. Von hier kann ich ihn nicht sehen. Von da auch nicht. Von hier auch nicht. Nee. Eigentlich kannst du ihn nur so sehen. Junge, ihr seid solche Hunde, Digga. Ihr seid solche Hunde. Guck mal, das ist die falsche Ecke, mehr sag ich dir nicht. Das ist die falsche Ecke. Das? Das ist auch eine falsche Ecke. Hier ist die richtige Ecke. Okay. Kann man in den Busch. In Busch? Kann man in den Busch? Kann man in den Busch. Kann man in den Busch? In die Busch. Oh mein Gott. Oh nein. Er kommt sogar wie ein Mann raus. Wilder Shot. Ich war halt komplett drauf, aber sag es keinem. Ich habe auf die Zeit nicht geguckt. Ich habe gewonnen. 4 Minuten, 8 hast du geguckt. 9 Minuten, 53, 52. 3, 52? Junge, was, Digga, das war übel schwer. Was soll ich dir sagen? André, geh rein. Ich komme rein, ich gehe rein. So eine Farbe aus. Ich weiß nicht, wie das geht. Probier es irgendwie. Vielleicht mit E oder so. Du hast auch wenig Zeit. Er hat so in zwei Sekunden. Purple. Purple, okay. Aber habe ich nicht gewählt. Sage ich ehrlich. Der ist stark. Alles ist lila, ne? Boah, der wäre kräftig. Heftig. Ey, ey, ey. Es leckt bei mir. Okay, was soll ich aber jetzt machen? Sag mal. Danke, Digga. Also die Dings, wen juckt es da? Es ist gerade bei dir leckt. Sag mal bitte einmal. Ich bin gerade noch angeschlagen von der Runde davor, Digga. Wie heißt dieser Superhelden-Skin, wo man die Farben ändern kann? Superhelden mit Farbenänder-Skin. Wie lange haben wir denn noch? Zwei Minuten. Äh, 20 Sekunden. 20 Sekunden? Warte mal jetzt. Wie viel? Ehrlich jetzt? Ja, 20 Sekunden. Oh nein. Wir haben 60 Sekunden. Okay, ich habe den Skin. Geh rein. Ich muss den schnell so. Das ist ein Wallah, über den alle reden. Oh, leave the booth. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Geht raus. Geht raus. Alle raus. Wie lief ich die booth, Digga? Nicht du. Wie unten, du Otto. Achso. Du bist richtiger Otto geworden. Wo ist Breakfast? Breakfast. Okay. Oh mein Gott. Mit, oh mein Gott. Time to hide. One Minute. Ich sage dir ehrlich, du hast das schlimmste Map ausgesucht. Ja, aber ich habe gar nichts ausgesucht. So wie du auch nicht, Digga. Da steht weh aus. Man hat drei Sekunden Zeit. Natürlich habe ich ausgesucht. Okay, okay. Ich checke, checke, checke. Oh mein Gott. So? Ja? Wie soll das gehen? Ich kann nicht sprinten. Ich komme nicht hoch. Ich auch nicht. Ich kann nicht sprinten. Ich kann nicht juncten. Ich kann nicht reden. Oh mein Gott. Es gibt hier kaum Verstecken, Bruder. Ja, ja. Dachten wir auch. Und dann auf einmal alle hatten krass, außer ich. Nein, da gibt es wirklich keine Verstecke. Sehr gut. Ich muss unter zwei, also zwei Minuten müssen noch übrig sein, damit ich Odomans schlage. Zwei Minuten? Nein. Das ist echt schwer, mich hinzubekommen. Oh mein Gott. Ich habe mich versteckt. Let's go. Ich auch. Ich bin drin. Andere. Junge. Hast du jemanden gefunden? Sag mal her. Ja, schon drei Stück. Echt? Ja. Schermann? Der vierte. Sag mal, ich schere. Ich schere. Junge, was ein Versteck. Aber ich bin zu krass. Hast du einen? El Capitano down. Okay. Ich sage, er findet Odoman zuerst. Nein, 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 nein. Glaube ich auch. Bin ich ehrlich. Brax ist im Busch. Boah, danke für den Tipp. Er ist oben. Odoman ist oben. Ich gucke erst mal alle Büsche durch. Weil wenn er mich angelogen hat, dann suche ich Brax nicht mehr. Okay, ich sage dir die Wahrheit. Glaubst du mir? Ja. Ich schwöre, ich bin nicht in dem Busch. Glaubt ihr nicht? Okay, dann sucht. Jetzt siehst du mal, dass ich die Wahrheit sorge. Der Busch wäre auch übel dumm, Digga. Sag ich ehrlich. Brax, welcher Skin warst du nochmal? Sag mal. Dieser Schwabbel-Skin. Locki Johnny down. Okay, Andrade noch einen. Was noch einen? Schutzlos Wabe down. Alter, die sind so lost, dass die sich zusammen verstecken. Ja, die haben die nicht. Haben die. Ich habe es genau gesehen. Du bist ein Hamdi. Du bist ein Hamdi. André! Ich habe recht, eins. Oha, wildes Versteck. Es gibt übel gute Verstecke. Viel besser als bei Dings. Bei Farbe Weiß. Er hat wieder zwei. Aber wenn du unter... Bust die down. Zwei? Kannst du... Woher? Google Translator. Die Kraft. Entscheidend für mich, wie viele ich gefunden habe, Digga. Ich dachte, da waren zwei da. Weil ich war da auch drin. Kurz. Achso. Aber nur kurz. Da ist keiner. Ja, ja. Ich vertraue dir, Nir. Hast du jetzt alle Gebüsche durchgesucht? Ich sage dir ehrlich. Brax irgendwo außen, Digga. Ey, Digga, ich vertraue dir gar nichts mehr. Du hast gesagt, er ist ein Busch. Und ich bin auch außen. Sag ihm doch die Wahrheit. Du bist oben. Ich bin oben. Ich bin auch oben. Ich sehe dich doch von hier. Juma down. Geduckt wie so ein Dulli. Was laberst du? Du bist ein Dulli. Er ist oben. Geduckt wie ein Dulli. Aha, oder, Mann? Ja, Bruder? Statement dazu. Ich bin das nicht. Ich habe auch gar keinen gefunden. Achso. Digga, Odemann ist bei Odemann versteckt. 1000%. Andre! Da wollte ich tatsächlich hin, Digga. Ich wollte da hin. Hat nicht geklappt. So wie ich wollte. Am Anfangs. Meister down. Wie viele Leute habe ich noch? Wie trocken ihr das sagt, Digga. So ein Ehrenloser. Ja, Bro. 6,5 Leute noch. 6,5 Leute noch. 6,5. 6,5. 4,3,2,1. Junge, wie kommt man da hoch? Andre! Ich bin in dir versteckt. So. Das ist so bodenlos. Oh, mein Gott! Immer noch. Was denn? Was? Was willst du von mir? Hast du noch einen? Ja. Glaube, wenn ich da hinkomme. Was machst du? Geduckt wie ein Idiot. Also Odemann ist hier. Was machst du da oben? Da oben? Was machst du da unten? Ja, genau. Ich bin am höchsten Spot, aber ich mache unten. Was laberst du mal? Mach mal keinen Jump'n'Run jetzt, Junge. Da ist keiner? Da ist keiner. Hä? Hä? Okay, es wird ein bisschen schwieriger. Ja, ich sag doch. Die, du musst nur am Anfang, findest du viele Lele. Echt? Ja. Boah, noch 6 Minuten. Ah, sieht nicht gut aus für dich, sag ich dir ehrlich, Andre. Ich habe noch 4 Minuten und noch 3 Leute oder so. Ah, sieht nicht gut aus. 4 Leute. Gar nicht gut aus. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen. Boah, ich will jetzt auch keinen Druck aufbauen, aber Brexit ist im Busch. Ich schwöre, verarscht dich. So schade, dass du Lieder... Ich kann... Junge, ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht richtig reden. Gott, das sind noch nie, Digga. Ihr müsst euch auch überlegen, wir haben heute, oder wir machen heute schon richtig viele Aufnahmen. Gehirn ist ein bisschen schon kaputt, aber ist okay. Gehirn? Geh... Das Ding ist... Oh, man ist irgendwo im Baum, Digga. Woher willst du das wissen, Digga? Er bricht die ungedingste Regel, dass man nicht im Baum versteht. Ich bin nicht im Baum. Ich bin überm Baum. Er ist ein Baum. Über dem Baum. Über den Wolken hinterher. André ist ein fettes Schweinebär. Brexit ist der Busch. Und ich habe eben auch Döner gegessen, ne? Boah, er hat einfach Döner gegessen, ne? Hat er auch. Hab ich nicht. Fly down. Hast du echt? Fly down? Ja. Drei Leute noch, André. Sieht nicht gut für dich aus. Ich bin der Sieger. Ich sag's jetzt. Sieht gar nicht gut aus für dich. Ich bin Sieger. Er wird mich niemals handdance. Werden wir gleich... Wo bist du gerade, André? Hä, hat jemand hier Rift benutzt? Ja. Geh mal rein. Bodo down. Okay. Das ist nur noch Odomann und ich, ne? Ja, Mann. Oh mein Gott, stimmt. Du kannst snitchen. Du weißt, Odomann kriegt schlechter Lipp dann. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Das Ding ist, ich weiß auch nicht, wo er ist, bro. Ich weiß, dass Briggs in den Busch gelaufen ist. Anonym down. Er hat dich. Du bist so schlecht, Bruder. Odomann ist ehrlich, der Gewinner. Ehrlich. Ich bin so hart gut drauf. Er hat gehirrt. Und ich sag dir ehrlich, mein Versteck ist richtig schlecht. Richtig schlecht. Auf jeden Fall mach mal ein Tipp. Nein, du darfst gar keinen Tipp geben. Nein! Ich hab auch Tipp gegeben. Mit Ecke hab ich gesagt. Das laberst du aber erst mal drei Minuten. Der ohne mich hättest du safe nicht den anderen gefunden. Ich bin oben auf nem Baum. Da hast du dein Tipp. Er lügt. Ich kann sagen, er lügt, ist Bruder. Ja, okay. Vertraub, Briggs. Odomann ist straight up am Lügen. Ich darf leider nicht sagen, wo, sonst krieg ich aufs Maul. Ich sag dir, was ich seh. Ich sag dir, was ich seh. Was siehst du? Nen Brunnen mit Wasser. Ich seh lila. Nen Brunnen mit Wasser. Rex ist im Busch immer noch. Rex ist down, Digga. Ich bin im Busch immer noch und esse immer noch nen Döner, ne? Ja, hast du auch. Brunnenwasser, Brunnenwasser, Brunnenwasser. Also hier irgendwo. Wer weiß. Er lügt, dass er im Baum ist. Wer sagt das? Rex ist. Er lügt selber. Nein, ich lüge nicht. Er lügt selber. Du hast doch sowieso gewonnen. Ich bin, ja, Digga, Zeit. Hä? Er muss schlechter als ich performen. Da kann ich sagen, er ist Heiden, Sieg, Loser. Sag mal, sag mal, sag mal. Rex, sag nicht, bitte. Guck mal, ich... Rex, wenn du sagst... Je länger, desto wird es sein. Gnade dir Gott. Okay, ich sag, Rex. Guck mal, was soll ich denn sagen? Guck mal, das Ding ist... Ich hab ihm einen Tipp gegeben, er gibt nicht. Er sagt, ich seh den Brunnen, Digga. Du kannst von der ganzen Map an den Brunnen sehen. Ich gebe dir einen Tipp, wenn ich gewonnen habe. Okay, ich gebe mir einen Tipp, okay? Ja, mach, 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 mach. Soll ich einen Tipp geben? Nein, nein, deine Tipps sind scheiße, ey. Also du hörst da gerne Musik. Guck, er weiß nicht wo, siehst du? Oha, die müssen dahin gekommen. Digga, das ist ein krankes Versteck. Wo bist du, Land? Wo bist du? Ich sag nicht. Sag doch mal ein bisschen. Nein. Wo ist er? Es ist nicht so gut aus für dich, Digga. Ich glaube, du bist schon schlechter als ich, oder? Ja, jetzt offiziell, ja. Ja, schwör. Ja, ja, offiziell ist er wirklich. Nein, ist er nicht. Wie viel hatte ich? 1,59, was hatte ich noch? Aber, das ist schon... André! Das ist schon nah, sagst du? Wie? Hä, wo ist der Fettsack? Oh mein Gott, er ist nicht da drinnen. Oh mein Gott! Ey, das schlechteste Versteck von allen, Digga. Das schlechteste Versteck von André war's. Ich war erster, weil du hast gesagt, du siehst einen Brunnen, Digga. Ja, ich hab Brunnen gesehen. Ja, das war kein Tipp, ich hab gewonnen. Nein. Leute, wenn euch das hier viel gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt andere Breaks aus. Haut rein, mach's gut. nicht ganz so drauf. Also, ich bin... ...